Ein neuer RPG Maker, okay Spaß beiseite, ich bin DonF204 Und ihr habt sicherlich gerade den Teaser gesehen, den ich gerade eingespielt habe Und ein neuer RPG Maker wurde angekündigt, ich bin extrem begeistert Es kann ja nur besser werden Ich hoffe, dass sie den MV weiterentwickeln Was auch sehr cool wäre, wäre wenn sie natürlich so ein bisschen mehr in die XP Rechnung gehen Dass man die Ebenen wieder frei wählen kann, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren Oder was auch ziemlich interessant wäre, wenn sie das Cortex RPG Studio als Unterbau verwenden Also den Code, der auch beim VN Maker drin ist Den sie sich ja damals gekauft hatten, die Rechte dazu, um den VN Maker zu machen Und ursprünglich war das ja auch geplant als RPG Maker Ähm, Kopie quasi Und, hm, könnte ich mir auch vorstellen So schlecht ist der Code nicht, ich habe mir den mal angeguckt Ähm, und an sich sind viele gute Ansätze drin Auf jeden Fall hoffe ich, dass die ganzen guten Ansätze aus dem VN Maker Auch in den RPG Maker mit übergehen Äh, das wäre natürlich das Optimale Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt Und ich werde dann wahrscheinlich Tatsächlich mein geplantes Hauptprojekt Was ich, ähm, eigentlich dann vielleicht nächstes Jahr anfangen wollte Dann mit dem neuen RPG Maker machen Und ich werde natürlich auch neue Tutorials machen mit dem neuen RPG Maker Das wird so cool Ich bin so gespannt Ähm, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare Ähm, was ihr vielleicht gerne im neuen RPG Maker hättet Oder, ähm, ob ihr auch gespannt seid auf den neuen RPG Maker Etc. pp Schreibt einfach alle eure Gedanken da in die Kommentare Und ich lese mir das alles durch Ich freue mich schon drauf Ähm, gut Tschüssli Tschüssli